Ja, willkommen zurück bei TIEFIGHTER. In der letzten Folge TIEFIGHTER haben wir ja mit dem Abfangjäger schon zwei Missionen im Gefechtssimulator geflogen. Das versuchen wir die letzten beiden. Also fangen wir mit Mission 3 an. Räumen Sie ein Minenfeld, oje. Na, das ist ja prima mit einem Jäger ohne Schilder. Na toll. Ein Imperial Transport will board the Containers and take any usable cargo. Minenfeldräumen mag ich nicht, wenn ich keine Schilder. After the transports retrieved the cargo, TIE Bomber Group Beta will finish off the Containers. Imperial Probes have located a cluster of space containers. The objective here is to destroy all of the mines that are protecting the space containers. This requires frequent maneuvering and pinpoint laser firing accuracy. Use Quadfire for a bigger hit pattern. Na, wenn das mal gut geht. You will fly a TIE Interceptor designated Alpha 1. In this Mission you will be without Wingmen. Your craft will have no warheads. Na, selbstverständlich nicht. No rebel spacecraft have been seen in this sector. The mines are the only form of defense for the containers. Na gut, dann probieren wir es mal. Na gut, dann probieren wir es mal. Your mission performance is being carefully watched, Alpha 1. Ich muss mal ein bisschen Abstand nehmen. So schnell wie möglich ist es nicht. Ich mach das in Ruhe. Wenn überhaupt. Dauert es halt ein bisschen länger. Damit müsst ihr leben. Wenn ihr mich in so ein Wienfeld ohne Schilde schickt. Ne, das war nix. Er ging auch vorbei. Er ging auch vorbei. Das ist aber auch schwierig, wenn wir gerade noch im Hintergrund sind. Jetzt den haben wir getroffen. Erstmal wieder weg. Ja, ja, ja. Der macht mir Spaß. Jetzt wird es so langsam weniger werden. Und der noch. Ging leider vorbei. Dann suchen wir gleich nochmal. Ging leider vorbei. Dann suchen wir gleich nochmal. So, jetzt müssen wir sicher noch warten, bis der sein gutes Werk vollbracht hat. Das Ding übernommen. Wir können ja mal an Emissionsziele gucken. Container ACOS muss geändert werden. Dann gehen wir mal mit dem Schub runter. So. So. Und schauen dem zu. Wie lange der noch braucht. Zwei Minuten. Also jetzt zwei Minuten. Jetzt kann ich ja ein bisschen spulen. Da ist er. Und da sind die Container. Was sind die Container eigentlich? Achso. Dann werden sie mal untersuchen. Wo wir schon da sind. Vielleicht bringt das noch ein bisschen Zusatzpunkte. Hier. Natürlich vorsichtig machen. Nicht, dass uns jetzt noch was dummes passiert. Wir haben ja eh noch Zeit, bis der da ist. Das bringt auf jeden Fall ein paar Zusatzpunkte, denke ich. Nahrung. Oh, ei, ei, ei. Nahrung. Material. So, gucken wir es uns an. Ich glaube jetzt haben wir alle untersucht. Nahrung, 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 Material. Und wahrscheinlich steht da Material dran, wo der andockt, ne? Ja, genau. Boarding Operation complete. Excellent War Alpha War. Secret Nook Trip gets completed. Aha. Was waren die geheimen Objekte? Dann gucken wir nochmal. Container A. Wurde geändert. Sekundärer gibt es wahrscheinlich nicht. Die Bomber werden jetzt sich auf den Weg machen. Was, warum wurde der zerstört? Er ist wohl zu dämlich gewesen zum Fliegen, ne? Also aus irgendeinem Grund hat es den gerade zerlegt. Und die Bomber. Rakete. Müsste ein Schussweites sein. Da kommen sie auch schon. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Okay. Na ja, dann fliegen wir jetzt zurück. Sehr viel mehr wird ja hier nicht passieren. Oh. Was? Drei Transporter? Pelex 1. Was wollen denn die? Wollen die den zurück ändern? Das gehört ja eigentlich gar nicht mehr zu meiner Aufgabe, ne? Juste richtig sein. ��der. Okay. In's 뛰in. Ja, ich weiß nicht, ich bemühe mich ja. Was wollen die Bombe jetzt? Ein bisschen spät, dass die auftauchen, ne? Gut, dann kehren wir zurück. So, und rein da. Wunderbar, so, das haben wir gelernt. Okay. Und der nächste, greifen Sie ein Depot an und zerstören Sie es. Beseitigen Sie dabei alle gegnerischen Jäger, die das Depot verteidigen. Leiden Sie Ihre Bomber gegen gegnerische Stationen. Na dann, gucken wir es uns an. Die TIE Interceptor flight groups are to destroy all Rebel craft protecting the cargo containers. Mhm. Die TIE Bomber flight groups are responsible for destroying all the Rebel cargo containers. Okay, das war's schon. Okay, nächste Frage. Schade eigentlich. Why wings and shuttles are your main adversaries? The tugs are scrambling to ferry the starfighter pilots to their craft. Okay, dann musst du die Schlepper abfangen. Mal gucken. Auf geht's. Mal gucken. dort naja, wir müssen schnell hin und das vernichten anders wird es nicht ja, ja, das habe ich ja mitgekriegt ich versuche ja schnell hinzukommen die an uns misst die 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 So, müssen wir noch ein bisschen schneller machen jetzt. Wow. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das sind die Transporte übrig. Die Transporte wurden verletzt. Ah, jetzt ist er wohl. Schwierig zu treffen. Wie so winzig sind. Okay, das waren sie. Gut. Gut, machen wir doch glatt. Beziehungsweise können wir auch mal Vollgas geben hier. Ein bisschen angekratzt worden sind wir, ne? Wir drehen uns mal um. So, dann nischt wir hinein in den Hangar. Irgendein Kontinatransporter, der ist entkommen wahrscheinlich. Aber egal. Wir haben eine neue Auszeichnung. Sehr gut. Da wollen wir uns jetzt noch die Auszeichnung angucken. Thai-Jäger-Gold. Thai-Abfang-Jeder-Kampfmedaillon-Gold. Gut, und beim nächsten Mal würden wir dann mit dem Bomber weiter machen. Für heute sage ich aber Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Euer Astronier. Tschüssi.